Musik Hier, das ist ein hausgemachter Saft. Von dir? Naja, ich hab die Flasche geöffnet. Danke. Äh, weißt du, ich werd jetzt lieber gehen. In Ordnung. Wenn's sein muss. Es muss sein. Du hast Schuldgefühle, nicht wahr? Ich bin, ich bin nur etwas durcheinander. Das ist wirklich unglaublich. Ich hätte nie gedacht, dass es so etwas geben kann. Eine solch atemberaubende Anziehungskraft. Ich hab mich noch nie zu jemandem so schnell hingezogen gefühlt. Ich, ich weiß gar nicht, was mit mir passiert ist. Das geht mir doch genauso. Naja, wir, wir stecken in einer ähnlichen Situation. Zwei Menschen, die am Scheideweg stehen. Denkst du, dass das alles ist? Es ist, ich kenn mich gar nicht so, dass ich einfach so mit dir mitgegangen bin. Denkst du, es waren viele? Weißt du, es ist eigenartig. Ich finde nicht, dass es ein Fehler war. Nein, ich finde das ganz und gar nicht. Macy. Macy. Forrest. Was für eine Frau. Hallo? Jake? Ja. Felicia. Ja, wie geht's dir denn? Mir geht's gut. Ich, ich hätte nicht geglaubt, dass du dich meldest. Ich würde dich gern sehen, Jake. Wann? Na, heute Abend, falls du nichts vorhast. Nein, eigentlich hab ich nichts vor. Wir könnten zusammen essen gehen. Essen? Bist du sicher, dass du das willst? Ja, klar bin ich das. Oder ist das ein Problem für dich? Nein. Ist eine gute Idee. Schön, kannst du mich so um halb acht abholen? Okay. Dann sehen wir uns. Bis dann. Thorn! Jetzt rate mal. Du hast gerade mit Jake gesprochen. Woher weißt du denn? Ja, du hast dieses Lächeln im Gesicht. Wir gehen heute Abend aus. Das ist ja großartig. Na, was hab ich gesagt? Na? Und? Hast du Macy gesehen? Ja. Wie ist das gelaufen? Na ja, zuerst war es etwas schwierig. Ja, so ähnlich war es mit Jake auch. Aber wir gehen heute Abend auch zusammen essen. Hey, das ist ja riesig, Thorn. Ich freue mich. Ich mich auch. Das kannst du mir glauben. Hey, ich hab ne Riesenidee. Gehen wir doch zusammen aus. Du? Ich? Jake und Macy? Na klar, wieso nicht? Wir vier. Weißt du, ich bin sicher, Jake würde das gefallen. Eine gute Idee. Wir vier gehen miteinander aus. Es wird wie in alten Zeiten sein. Wir . Wir werden mit V V Untertitelung des ZDF, 2020